So hallo Leute und Willkommen zurück zu Minecraft. Heute wieder mal mit Savi. Ja und wir spielen Mario Party. Genau. Ja. Ich glaube ich habe das einmal schon mal gespielt. Hä? Ja. Und ich bin Luigi. Ich bin Peach. Ich bin hier gerade ein Jump'n'Run und bin runtergefallen. Das will ich auch unbedingt mal spielen. Was? Jump'n'Run. Aber ich glaube da würde ich mich zu doof anstellen. Jump'n'Runs gibt es hier überall. Auch auf der Map. Oh ich bin runtergesprungen. Du musst zurück zu dieser Treppe. Da sind außenrum bunte Blöcke. Da musst du drauf springen. Ah ja. Yeah. Ja aber ich meinte jetzt so richtig. Ja können wir gerne mal machen aber. Nein ich bin auch runtergefallen. Aber eigentlich bist du da bei mir, bei der falschen Person. Ich fahre nämlich schon nach zwei Sprüngen runter. Ich bin schlecht bei Jump'n'Runs. Wie sehe ich mir auch wünschte, dass ich es nicht wäre. Nein ich bin schon wieder runtergefallen. Okay ich komme gerade mal auf den ersten Block. Ja ich bin beim ersten gerade abgerutschen, bin runtergefallen. Ja. Ich nehme mal die andere Seite. Vielleicht geht es besser. Nach 28 Sekunden. Ach da bist du. Da bist du. Ah ja und ich habe ein neues Texturenpack. Äh. In der Beschreibung werde ich es näher beschreiben. Ich schreibe bei meiner Beschreibung immer das Texturenpack mit rein und so. Ja das habe ich noch nicht gemacht. Muss ich auch mal machen. Bin ich geschockt von dir. Ja ich vergesse es immer. Ich habe so viele Links und... Bei mir steht auch meistens das Ding aber gleich mit drin. Das Schneideprogramm und alles. Mhm. Oh es geht los. Es geht los. Du musst aufs nächste Feld und dann einfach in die Luft schlagen. Ich habe nur fünf gewürfelt. Warte mal, warte mal. Hier sind alle irgendwie... Alter, jetzt geht doch mal weg. Du bist eins über mir. Ja, so jetzt. Wir sind auf dem selben Feld eigentlich. Wir sind beide auf Feld sechs. Ja. So was hier? Obwohl, ne. Ich glaube du bist eins weiter irgendwie. Ne, genau. Das ist ähm... Da musst du einfach über eine Fläche laufen, aber überall sind Minen versteckt und du darfst nicht drauf treten. Ah ja. Sonst bist du am Anfang. Ah ja. Okay. Das ist ziemlich scheiße. Ich hasse das Spiel. Oh mein Gott. Okay. Ist ja wieder mit springen, ne? Ja. So, es geht los. Und wo muss ich hin? Du darfst nicht auf diese Druckplatten steigen. Ja. Okay. Du bist einfach auf die andere Seite von der Karte da. Ach so. Nein. Ich hasse es, wenn die vor mir rennen. Ja. Ne. Wie soll man das schaffen? Wenn man vorsichtig genug ist. Okay. Jetzt bist du bei mir. Hallo. Ja, wir waren eigentlich schon die ganze Zeit zusammen, oder? Ich hab schon wieder ne 5. Ja, aber ich hab dich nicht gesehen. Du hast ne 4 gewürfelt. Ich bin auf dem zweiten Platz. Du hast ne 4 gewürfelt. Ich hab ne 4 gewürfelt. Du wirst eins hinter mir. Ich bin auf dem zweiten Platz. Alter. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich wieder ganz weit hinten. Wettrennen. Ähm. Ja, du musst halt das Ziel erreichen. Schwammblöcke, da kriegst du nen Sprungboost. Oha. Das bedeutet meistens große Flächen dann. Okay, dann... Versuch nicht ins Spinnennetz zu kommen. Ja, ich versuch's. Ich hasse. Na, los jetzt. Oh, die laufen alle. Ah. Ja, ich weiß. Ist ja schrecklich. Was hasse ich? Hey, ich seh dich. Du bist rosa. Ich weiß. Ich bin ja auch Peach. Oh, ich bin runtergefallen. Nein, ich auch. Verdammt. Ich find's ganz ehrlich besser, wenn man weiter vorne runterfällt, weil dann die ganzen anderen weiter hinten sind. Und hinten ist dann nicht runterfallen und du einfach an denen vorbeispringen kannst, so gesagt. Hm. Ich bin schon wieder runtergefallen. Nein, ich auch. Der hat nicht gesprungen. Ja. Ah. Oi. Du bist aber definitiv schon weiter als ich. Echt? Ich bin grad wieder an derselben Stelle. Nein, du bist genau vor mir. Echt? Ja. Du pinkes Ding. Ja, ich bin weitergekommen. Ja. Ich bin runtergefallen. Ich hab's gesehen. Wo dann muss ich jetzt? Soll ich mich vielleicht fühlen? Ich hab gesagt, ich bin scheiße bei sowas. Hoch? Muss man hier hochspringen? Wo muss man hin? Du musst da oben auf dieses Haus drauf oder dieses Gebäude, diesen Block, dieses Viech da halt. Achso, jetzt bin ich runtergefallen. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder am Anfang. Woho. So. Okay. Woho. Ich war noch nie so schlecht in diesem Bündenspiel. Äh, jetzt ist es vorbei und ich war grad so schön mittendrin. Nehme ich eigentlich auf? Ich hab schon wieder... Ich hab ne 3 gewürfelt. Ja, du hast eine 1 gewürfelt. Ich hab gar nichts gemacht. Du bist gut. Wie auf einem Feld. Juhu. Juhu. So. Was spielen wir denn? Nimmst du auf? Ja. Gut. Ich hoffe, ich nehme auch meinen Turm mit auf. Aber ich glaub ja. Sonst hab ich Pech. Kennst du's Blief? Warte. Ich lese. Ich nutze die Schaufel um... Ja. Ich nutze die Schaufel um den Boden... Was? Um den Boden? Was? Um den Boden von anderen Spielern abzubauen. Äh. Nein. Du darfst nicht runterfallen. Ja, ich bin schon tot. Echt. Ja. Ich auch. Fail. Hallo. Hi. Ah. Cool. Total. Hashtag Loser. Yeah. Wie heißt denn eine da, den hab ich vorhin schon gesehen? King Yongiana. Was? King... King Yongiana. King... Ah, hier, ja. King Yong... So was solltest du nicht machen. Du weißt, Dana-Fans werden nicht anzünden, wenn du sein Ding... Sein Hero-King-Namen beleidigt oder verarscht. Äh? Okay, ich hab keine Ahnung von was du gerade sagst. Dana. Der hat sich früher bei, ähm, Hero immer King Yongiana genannt. Deswegen. Äh, ja. Okay. Und wenn du das verarsch, bringen nicht alle seine Fans um. Oh je. Okay, dann... Dann sag ich nichts mehr. Du weißt schon, wie schlimm es enden kann, wenn du irgendwas Falsches über Taddle sagst, oder? Weißt du das? Äh, ja. Ich glaub... Ich glaub, ich hab bei meiner letzten... äh, Runde etwas über Taddle gesagt. Aber ich hab... Ich hab nichts Schlimmes gesagt. Ich verspreche es. Was hast du gesagt? Ich hab nichts Schlimmes gesagt. Was hast du gesagt? Naja, ich hab nur gesagt, dass ich mir ein Video mal von dem angesehen hab und dass er mich noch nicht so geflasht hat, sodass ich sage, ja, ich abonniere ihn. So. Das hab ich gesagt. Und dass er ganz in Ordnung ist. Hast du dein Testament und dein Grab schon vorbereitet? Oder soll ich das noch für dich schnell machen? Mach du mal. Ja, okay. Nein. Nee, aber ich finde ihn doch ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Ja. Aber ich bin halt eher so der Krong-Typ. Weißt du? Ja, ich weiß. Trotzdem werde ich weinen, wenn ich hier treffe. Der Name von Pony hat schon gesagt, die filmt das, die filmt das. Weil der, ähm, Dings, es heißt ja beim Video-Day geben die YouTuber Autogramme und wenn er welche macht und da halt diese Schlange ist und ich dran bin, die filmt das. Weil ich höchstwahrscheinlich eh auf dem Boden falle und heu. Oh, weißt du, was grad dran ist? Ja. Jump and run. Nein. Das rieche so scheiße. Ich haze mein Leben. Oh, an dem Ding bin ich übelst... Hier, ich bin schon runtergefallen. Mich auch beim ersten Springen. Mal springen. Mann. Okay. Ich hasse... Das Spiel definitiv auch. Ich hab halt Zytoxian-Werbung bekommen. Hast du schon den Zytoxian-YouTube-Channel abonniert? Ah, ich auch. Nein, hab ich nicht. Und ich plane es auch nicht. Oh, Alter, ich krieg nicht immer die erste Plattform. Was ist denn das für ein Scheiß? Aber ich guck jetzt dieses... Ha, ich bin auf der ersten Plattform. Ich guck jetzt dieses... Ja, so was haben wir grad geredet? Äh, ich guck jetzt dieses Varro bei Debitor. Haha. Oh, du Uncoole. Warum? Debitor hat den uncoolsten Teampartner. Ja, mich interessiert doch der Teampartner nicht. Debitor ist mit Revi. Kenn ich nicht. Revi ist ein Arschloch. Ich hab mich halt daran erinnert, dass ich am Montag wieder Schule hab. Äh. Ach, du hast jetzt noch Ferien? Ja. Oh, du Glückliche. Ich hab keinen Urlaub mehr. Du musst bei Taddel und bei GLP gucken, Mann. Ah, ja, ich guck... Auf die dunkle Seite. Ich guck mir ja schon mehr Taddel an. Ich verspreche's irgendwann. Ja, wenn nicht, dann zünde ich dich an. Ich hab die Kerze schon... Und Haas glaubst du auch hier irgendwo. Ich guck mir Taddel in 10 Jahren an, ja? Nö. Nee, ich hab auch nicht so viel Zeit, um so viele YouTube-Videos zu sehen. Und die meisten, die ich sehe, sind halt von Kronk und Co. Dann tu das nicht. Hör auf damit. Ah, das Spiel ist zum Glück vorbei. Und ich bin hier mit BoyLP. Hi, BoyLP. Und BoyLP ist weg. Ich hab mir drei gewürfelt. Ja, ich auch. Ich bin bei Retare 117 und bei Miniman 828 282. Ich bin wieder bei Kongyongiana. 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 Mag ich nicht. Oh, hier ist un... Ungespielt. Ungespielt hat ein Grab. Wow. Ja, ne? Ich finde es so cool. Was hat der gemacht? Der ist da gestorben. Also runtergefallen. Und deswegen kriegt er ein Grab? Es ist ungespielt, Mann! Alter! Das ist voll fies! Warum? Wir müssen auch ein Grab haben. Hier. Hier, ich bin jetzt schon runtergefallen. Das ist Simon. Keine Chance, Mann. Ah, ja. Ich bin viel zu nett, um die alle runterzuschubsen hier. Du musst es einfach tun. Ich kann das nicht. Verbinde damit Nettlichkeit. Geh weg. Geh weg. Das ist meine. Sammy Tomlinson, geh weg. Geh ins Wasser zu. Nein, ich bin im Wasser. Du bist ein Arschloch. Oh, du hast mich auf den Baum geschubst. Ja, geil. Oh, hi. So. Jetzt werde ich meinen Krieg weiter versuchen. So. Da kriegt der ungespielt einfachen Grab, nur weil er runterfällt. Alter. Es ist ungespielt. Na und? Es ist auch nur ein Mensch. Nein! Es ist ein Let's Player. Es ist ein König. Ah, es ist Simon. Simon. Ich mag den Namen Simon. Ich nicht. Ich mag den Namen ungespielt. Ja, er ist so kreativ. Mhm. Na. Doodle Jump? Was ist denn das? Da sind wieder diese Schwammblöcke und du musst auf die Plattformen kommen, aber nicht auf die roten Felder. Hä? Okay. Okay. Also von den Gelben immer auf die gelben Blöcke springen. Ah, ja. Du kriegst hier drauf Sprung-Boost. Äh, ach ist das! Wui! Ach das! Oh Gott, das habe ich nie verstanden. Nein! Ich hasse das, weil ich darin voll der Loser bin. Egal, in was für einem Spiel hier bin ich nicht ein Loser, aber... Ich bin grad richtig runtergefallen. Ganz richtig. Ich bin grad runtergesprungen! Was? Oh, ich war auf der ersten Plattform. Yeah. Bin ich gerade. Und ich bin wieder ganz unten. Ist das auch mal schön. Oh, es geht bergauf. Au. Wo bergauf? Nein, bei mir geht's gerade ganz gut. Nein! Nein, ich bin runtergefallen. Na los, jetzt. Ups. Wie schafft es dieser Floor SP? Floor SP? Der hat das ganze Ding schon geschafft. Echt? Oh mein Gott. Ja, das steht immer im Chat. Nein, der hat... Und der hat keinen Grab dafür bekommen. Die Schweine. Das akzeptierst du jetzt nicht, dass Ungespielt ein Grab gekriegt hat, ne? Nein! Das war nur sehr überraschend für mich. Ungespielt hat er ein Grab bekommen. Ja. Ich warf mal auf irgendeinen Server, da hatten die fast alle schon irgendwie ein Schild dastehen hatten. Mhm. Irgendein komischer Mini-Server, wo drauf stand, Ungespielt war hier. Wer weiß ich noch war hier. Oha. Ungespielt Dena, glaub ich. Somber war's glaub ich auch schon. Ihr macht alle viel zu viel Tara um die alle. Hä? Es sind doch auch nur Menschen. Lass sie Menschen sein. Und nette Menschen und gute Menschen, ich mag diese Menschen. Ja. Freier Fall? Oh. Oh. Was? Oh mein Gott. Freier Fall? Oh, du siehst es gleich. Oh Gott, ich hasse es. Das ist zum Kotzen das Spiel. Ja, drängt euch alle vor, genau. Und dann sterben wir alle, bitte. Stell sich alle an. Warum? Geht's los? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss man... Oh mein Gott, das geht so schnell! Ich hab's geschafft! Nein! Doch, hab ich. Ich schwör dir. Ja. Eigentlich bin ich voll schlecht da drin. Oh, ich hab's auch geschafft. Aber das Zweite oder dem Zweiten schaff ich's nicht mehr. Oh, ich hab's auch geschafft. Oh. Ich hab's nicht geschafft. Oh Gott, das ist sehr mies. Das ist sehr mies. Das ist wie der Dropper. Die springen alle von hier unten. Äh, von hier oben. Ah! Mann! Was ist denn das für ein scheiß Game? Ja, ne? Und hier hat ungespielt bestimmt auch ein Grab, oder? Nein, aber das hat er gewonnen, glaub ich sogar mal. Oh. Der hat aber nicht viel Mario Party gespielt, von daher kann ich's nicht sagen. Ach so. So. Ah, das ist cool. So abwechslungsreich. Ich hab mir fünf gewürfelt. Ich bin wieder bei King-Yong-Yana. Ich bin grad bei ihm und. Ah, jetzt ist King-Yong-Yana auch weg. Es wird gespielt. Schneekrieg? Du bist die Letzte. Du musst andere Spieler mit, ähm, Ding, mit nem Gewehr, also das, ähm, schieß Schneeballe. Das ist One-Hit-Ding. Ich bin schon tot. Ich bin auch grad schon gestorben, ich schlachte grad ein paar Leute. Alter. Du atmest sehr laut ins Mikrofon. Echt? Ja. Nur mal so am Rande. Justin, Bomber, ich töte dich! Komm her! Ich wurde grad getötet von ChickenCraftFX. Machst du Justin Bieber? Nein. Magst du ihn? Nein. Ich war aus dem Konzert. Ich fand mal ein paar Lieder von ihm toll, aber... Ja, ein paar Lieder find ich auch ganz okay, aber... Aber, aber die, äh, neueren. Wie zum Beispiel mit Nicki Minaj, das find ich ganz gut. Ja. Aber... Ich hab Ding früher, ähm, As Long Is You Love Me vollgemacht. Ah, ja. Jetzt mach ich eigentlich nur noch Heartbreaker und Beauty in a Beat halt. Baby, 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 uuuh. Oh mein Gott. Oh, wir hatten eine in der Klasse, die war übelster Bieber-Fan. Die hatte alle, die hatte alle Alben und... Oh, nee. Grusel. So bin ich mit One Direction. Naja, One Direction ist aber besser als Justin Bieber. Stimmt. Hab ich... Hab ich dich grad getötet? Ich glaub schon. Yeah. Ich hab diesen Justin Bomber getötet. Äh. Wow. Yeah. 33 Kills. So. Ich hab drei gewürfelt. Eine drei. Ich hab eine fünf gewürfelt. Was hat das eigentlich zu bedeuten, die Zahlen? Welche Zahlen? Die man würfelt. Wie viele Felder du nach vorne kommst. Ach so. Okay. Was ist so? Ich hab jetzt nebenbei ein bisschen... Du musst einfach nur Mobs töten. Mobs. Okay. Ich hab jetzt nebenbei ein bisschen Joghurt. Mach das. Hört man ja gar nicht. King-Yong-Yana ist wieder da. Ach du Scheiße. Spinnis. 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 Oh mein Gott, das sind so viele Monster auf einmal. Ich liebe es. Ich liebe es. Zu töten? Ja. Halb Spinn. Die. Sterb doch alle. Oh, ich bin tot. Ja, du respawnst automatisch. Yeah. Kommt her, ihr Zombies. Tackerlarven. Ich glaub, man hört meine Maus. Haha. Meint auch. Aber ich nehm grad nicht auf. Haha. Jaja. Oh. Vorbei. Oh fuck, ich hatte 17. Fast wär ich bei der Liste mit rein. Oh. Ich bin wieder bei dieser Judenstianer. Haha. Jonge. Ich hab eine 4 gewürfelt. Ich auch. Yeah. Oh nee, ne? Und vorbei. Ach so. Cool. Gibt's nen Gewinner? Ja. Struppifreak und ähm. Justin Bomber und Cäsar 12. Ah. Cool. Ich glaub, ich werd nie gewinnen. Haha. Aber ich hab jetzt mal bei Blockparty gewonnen. Das war geil. Ah. Cool. Ah. Okay. Yeah. So. Also dann. Das war's. Für die Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange wir hier grad aufgenommen haben. Weißt du's? Ähm. Nee. Wie gesagt, ich nehm nicht auf. Ja. Okay. Also dann sag ich an dieser Stelle tschüssi und bis zum nächsten. Let's play. Und. Ja. Äh. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Schaut auf meinem Twitter vorbei. Auf meinem Facebook. Auf meinem Blog. Auf meinem Instagram. Auf alles, was ich in die Infobox geschrieben hab. Und ja. Dann sag ich halt tschüssi und bis zum nächsten Mal.